Mein Name ist Emanuel Gebauer. Ich habe ein abgeschlossenes Studium der Elektrotechnik und bin bei der Firma Phoenix Contact beschäftigt. Phoenix Contact ist Hersteller von elektronischen Komponenten. Ich bin hier als Vertriebsingenieur im Stammhaus in Blomberg tätig. Wir werden hier als Ingenieure täglich mit Kundenanforderungen konfrontiert, wo der Kunde Fragen an uns richtet, zu unseren Produkten. Das sind von einfachsten Anfragen eines Kunden, zum Beispiel wie funktioniert dieses Produkt, bis zu sehr komplizierten Anfragen, wo vielleicht das Produkt gar nicht in den Vordergrund steht, sondern eine gesamte Lösung. Als ich hier neu angefangen habe, bin ich ein Start-up-Programm durchlaufen, zu denen dann Kollegen uns oder mich besser gesagt dann geschult haben. Das Gesamtpaket, das stimmt einfach. Die Aussichten dieses Unternehmens, allen Mitarbeitern wird halt wirklich eine Perspektive geboten. Und die Weiterbildungsmöglichkeiten in diesem Unternehmen sind immer gegeben. Und natürlich auch die Kollegen sind das irgendwo auch das A und O, dass man sich hier wirklich wohlfühlt und hier auch gerne zur Arbeit kommt.